Ja, hallo Leute. Willkommen zu einem kleinen, aber feinem Projekt namens Nordic Ashes. Der eine oder andere kennt das von einem YouTuber. Ist das okay? Ja. Oder ein bisschen zu hell. Ich guck mal kurz. Ja, lassen wir so. Ja, ich hab's noch nicht gesehen, aber ich hab gedacht, es sieht interessant aus und deswegen nehm ich das. Es ist ein Early-Assess-Spiel in der Version 0.7.6. Wir drücken mal auf Spielen. Ja, wir können Kelten auswählen. Was haben wir noch? Thürer, Hafkram, Helga, sehr sympathisch der Name, und Axel Böhr. Ich komme aus den nördlichen Bergen von Raxus. Liegt euch nicht mit mir an, ich töte alles, was sich mir in den Weg stellt. Bereich, 25% und Startregulat. Nehmen wir auf jeden Fall die Axt, oder den haben wir, ich glaub den Axt, die Axt. Erscheinungsbild ändern. Okay. Gehen wir mal auf. Weiter. Mil... Achso. Müssen wir mit, Karten müssen wir schaffen. Achso. Können wir so oder so nur normal. Deswegen machen wir das einfach mal. Er greift er automatisch an. Was gar nicht. Doch, er greift... Alles klar. Das ist ja wie... Wie... Ähm... Wie... Vampire. Ja. Schauen wir mal. Wir hätten ja... Dings... Alone Ruin. Das würde ich auch noch weiter aufnehmen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Okay. Ähm... Gut, wir haben ja die Axt. Schaden. Donnerrüstung. Uh. Angriffsgeschwindigkeit. Kann ich das schon machen, oder geht das nicht? Gesperrt. Abkunftszeit. Dann machen wir das. Zum Würfeln. Haben wir noch einen? Ne. Das war ein süßes Geräusch. Ja. Schauen wir mal. Ähm... Ich glaube... Das geht, glaube ich, nur in Blickrichtung. Da sind schon mal die dicken Ratten. Und? Wie machen? Das war gut. Da kommen Fällen. Da kommt jetzt ein... Was, wenn ich das richtig gesehen habe? Oh, ma. Okay. Grafikstyle. Gefällt mir. Oh, da haben wir was gedroppt. Was gut ist. So. Ähm... Abkunftszeit. Ach komm, wir machen... Nochmal. Wiu. Oh, da kommen wir. Das sind mit Gift-Schaden, den er hinterher zieht. Oh. Das ist ja ein bisschen blöd. Ja, wir müssen auf jeden Fall kommen wir, dass was grün ist. Das will ich versuchen, einzusammeln. Level up. Sind wir so oder so? Krass. Ist das etwa ein größerer Batzen? Ähm... Erfangspunkte und nochmal level up. Können wir nochmal machen. Projektile. Alles klar. Also ich muss sagen, Magier in solchen Spielen gefällt mir auf jeden Fall besser. Wie ist denn das andere Spiel, was ich noch hatte? Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich... Mir fehlt halt einfach die Zeit leider. Ich muss halt länger und einfach mal aufnehmen. Ne? Weil heute ist eigentlich auch so ein Tag, wo ich eigentlich nicht aufnehmen kann. was ist das? Ein Sammeln? Verbesserung. Okay. Warte mal. Ich mach mich mal ein bisschen weiter so. Oh, ich mach mich so. Hm. Schauen wir mal. Ist das okay? Joa, ne? Ich glaub. Gut. Lassen wir es mal so. Ja, aber manchmal, wenn ich das zum ersten Mal gespielt habe. Gelähmt sogar. Krass. Okay. Und wie verlieren die auf jeden Fall Leben? Das ist nicht so schön. Ich hoffe, wir bekommen auch das Leben. Wie der Beck. Ne? Okay, jetzt geht's ab. An das Geschwindigkeit auf jeden Fall. Oh, das ist voll gut. Ja, Damage auf jeden Fall. Und... What the fuck? Das ist ja... Das ist ja voll gut. Eine fette Ratte. Und wir machen Blitzschaden. Ich bin da so ein Fan davon. Bereich. What the fuck? Episch. Oh mein Gott. Jetzt frage ich mich. Frage ich mich. Das war gut. Oh, mal Heidrang. Das ist gut. Wie viel macht der? Einen halben. Hm. Das ist okay. Und noch wieder Level Up. Nochmal Level Up. Nice. Drei Punkte. Den Legende. Oh mein Gott. So, also. Wir machen das so. Die Axt, das gefällt mir richtig gut. Und die Rüstung auch mit der Donner. Heidowitzka, das geht da richtig gut ab. Also, wir müssen mal alles ein. Fünf Punkte. Okay, dann brauchen wir noch ein Level Up. Dann machen wir das direkt. Hier haben wir noch anderes Spiel gut. Was auch ein lustiges, sehr lustig sein kann. Ich hoffe, es gefällt euch. Oder wird euch gefallen. Und Level 10. Und Level 10. Max, steige mit einem Ausstiegskristall zu einem Konstellationsrelikt auf. We will see. Kisten kann man auch kaputt machen. Oder so. Aber wir haben zwei Gold. Oh mein Gott. Erst jetzt? That's not good. So, die Donnerrüstung machen wir auf jeden Fall noch. Ja, vielleicht so ein Magnet oder so. Wäre auf jeden Fall gut. Der alles ranzieht. Schöne da ab. Ja. Cool, ist dann brauche ich auf jeden Fall. Ich hoffe mal, der macht das auch öfters. Irgendwann muss ja auch mal ein großer Pass kommen, weil so gesehen. Es gibt noch ein anderes. Also die Spiele sind eigentlich ganz cool. Machen auf jeden Fall Spaß. Und für eine kleine Schnittrunde taugt das auf jeden Fall was. Hier hat auch so ein anderes Spiel noch gehabt. Ja, es war eher so im Wilden Westen angesiedelt. Ja, auch ganz interessant. Ja, da habe ich einmal aufgenommen. Aber ich hätte es mal machen müssen. Aber anscheinend Unendlich überwöhnt. Oh mein Gott. Berserker. Ja. Weil so gesehen können die Gegner uns jetzt ja eigentlich gar nichts anhaben. Außer ich bin total blöd und laufe komplett rein in die Gegner lassen. Aber ich denke mal, das wird schon so passen. Es kommt gleich auf jeden Fall ein Boss, wenn ich das richtig gesehen habe. Einmal Da. Rote Adler, was bedeutet das? Sind die besonders gut? Guck mal, wie lange das geht. Ja, das mit dem Gegner-Design ist zwar auch putzig, aber... Räuchte ich catcht mich das jetzt nicht. Ich habe auch eigentlich gesagt, gedacht zuerst, dass es nicht so wie ein Auto-Attack-Spiel ist. Wie gesagt, die sind halt unterhaltsam und macht auch Spaß. Und, naja, und dieser Prozess, ähm, Progress finde ich gut. Zwei Punkte, oh mein Gott. Ja, dann müssen wir auch mal laven. Und, naja, dann müssen wir mal sch- Was ist das jetzt? Ähm... Ach, das ist der Magnet. Oh mein Gott. Gut zu wissen. Und... Och, gut zu wissen, dass... Ähm... Zwei Punkte. Dann machen wir das kurz. Ich finde diesen, ähm... Bereich bisschen... Düftig. Aber gut. Hätte ich das immer vorgewusst. So eine Map oder so, wäre gut. Und dann bin ich mal... Ach. Bin ich mal gespannt. Was denn da rauskommt. Neue Waffe. Irgendwie was krasses. Und da hinten ist auf jeden Fall noch ein fetter Trank. Das ist gut. Den werden wir uns dann auf jeden Fall... Einverleiben. Ich hoffe mal, wir haben es nicht gleich geschafft. Weil ich würde schon gerne wissen... Was ist das denn bekomm... Äh... Okay. Wut können wir machen. Alter... Äh... Alter... Äh... Ach, jetzt wo ich das aktiviert habe... Kommt jetzt... Kommt jetzt... Kommt jetzt der Boss. Oh mein Gott. Knöcki. Wie süß. Knöcki. Hm. Hallo. Ähm. What the fuck? Äh... Ich hätte gerne gewusst... Ich hätte gerne gewusst... Axtsturm. Max Plus. Und nu? Geht's weiter? Gut. Nimm in den Trank. Geht direkt weiter. Das ist gut. Was ist jetzt? Ist das... Ich hab noch nicht so verstanden... Was denn passiert? Weil... Ein neuer Bosse. Okay. Mal wissen. Achtung. Dann noch Rüstung. Sturmbringer. Achso. Und das war es jetzt. Rüstlärchen. Was ist das? Wenn ich das... Oh. Okay. Ja, das ist halt blöd, wenn man das erst zum ersten Mal herausfindet. Was hier an sich gar nicht so schlecht ist. Wir brauchen ein Leben. Und wir haben acht Punkte. Und wir haben acht Punkte. Ähm... Da würde ich ganz gerne das machen. Yes. Okay. Vermahle das für eine gute Idee. 5 Gold brauchen wir. Und wir haben nochmal... Das ist gut. Das ist halt ein bisschen... Da muss ich auf jeden Fall noch ran. Ähm... Das war schlecht. Das war schlecht. Die dicken... Die dicken... Die dicken haben wir jetzt hier. Und wir haben da was grünes. Alter, das war richtig knapp. Hey, der wird's gar... Ähm... Stein. Schaden plus eins. Ja gut, können wir nicht mal upgraden. Ähm... Abgängsheit. Wanderungsgeschwindigkeit. Ist das? Verbindungsschaden. Brand. Oh mein Gott. Ähm... Jetzt geht's langsam. Aber sicher. Also... Das ist auf jeden Fall... Ich find's gut. Ich fand das echt guter Spiel. Dann hab ich noch Heroes Siege. Das ist schon ewig alt. Ähm... Das gab's auch, wie gesagt. Oh, das ist ein Trank. Den brauch ich. Den brauch ich unbedingt. Ja, hab ich mir geholt. Weil... Ich kenne... Ich kannte das Spiel schon. Und... Abkriegzeit. Nein, 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 nein genau das wollte ich nicht mehr machen so ein heiliges herz haben wir noch und wir sind auf jeden fall recht tot ja ich muss abklingzeit machen das nützt alles nichts wir kommen wieder wir haben auf jeden fall vier samen sehr gut trank nehmen wir auf jeden fall mit sehr gut noch ein samen ich denke mal schon das ist wichtig dass wir das machen so wie gesagt wenn wir gleich cool und wieder fertig ist die fähigkeit da ist noch einer sehr gut das knallt ja richtig jetzt haben wir noch wo ist das wo ist das wo ist das wo ist das jetzt geht's los cool das finde ich ja wiederum gut dass man so fähigkeiten oder wie auch immer ich komme gerade auf das auf den begriff nicht dass man die findet also muss halt so eine kleine challenge machen ist ja logisch aber aber so an sich ist ja schon eine feine sache so gleich kommen wir da war was sieben sekunden noch wölfe habe ich da eben gerade wölfe gehört eine kiste oh mein gott jetzt weiß ich nicht was genau bedeutet bereich schaden abklingzeit nehmen wir das einfach mal und da ist eine gute kugel ja fünfmal 40 sekunden das ist schon echt dürftig wir haben vier punkte die setzen wir ein ein level müssen wir noch haben dann haben wir das auch max aber ich weiß gar nicht was passiert wenn man alles hat halbert der zerstörer guten tag so das war eine krasse attacke so die setze ich auf jeden Fall nicht ein habe ich gemacht ich weiß nicht mehr was es genau bringt das ist das einzige mein einziges Problem eigentlich es wird nicht so richtig erklärt aber hier war doch ein item das hätte ich gerne gehabt die magnet im prinzip da ist er, da ist er, da ist er, da ist er alter, ähm max, okay drei punkte ja weinen hat, ne und den haben wir geschafft, sehr schön schwerer stein bis hier geheilbert mhm wenn ich einen stein dabei hab oh du süßi so ich hätte gerne was ist das denn hallo ähm gut nehmen wir das nein so und wir können das nochmal entwickeln kann man nicht mehr okay das kann man eh nicht durch die gelähmt na gut dann haben wir das auch max sehr sehr gut und dann geht's weiter na wir machen das so okay das ist guck mal da ist was krasses alter hier ist fettkohle ich bin so dumm ey man ey das wollte ich eigentlich gar nicht machen ich ähm man ey naja egal die schuhe upgraden wir auf jeden fall noch sechs punkte ähm dann machen wir das noch geschossgeschwindigkeit ist eigentlich blödsinn oder lass mich überraschen auf jeden fall machen wir das ist gut dass wir halt diesen schaden machen also die verfolgen uns und niemals schaden macht das sinn ja ne und die donnerrüstung ist ja ist ja richtig gut ich will den einen haben und ich will den Samen das verdammt nehmen wir aber gleich wieder auf mhm so so das gut da ist ein drang sehr gut sondern sch osi sch 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 jetzt die attacke achso wir haben ja haben wir auch cool wenn man es wünschen könnte beschwingen haben wir das anrausgeschwindigkeit ja weiß ich nicht ich weiß nicht ob das so viel sinn macht wenn wir das haben und teilweise ich denke mal wenn man nachher richtig stark ist da kann man eigentlich auch stehen bleiben dann haben wir gleich die fähigkeit und setzen sie jetzt ein okay das ist natürlich mega unfair aber wir doch relativ weit sind will ich eigentlich umgehen stehen jetzt kommen die dicken ritter er hat sehr gut das kann man nicht auch machen aber anrausgeschwindigkeit lange gut dann brauchen wir noch ein level ab das holen wir uns gleich ist einmal so cool dann ist glaube ich ist es nicht das wir brauchen auf jeden fall leben da ist ein herr ein was ist mit dem sam ich konnte nämlich das nicht gut das ist nicht gut das ist nicht gut da ist noch ein samm ich würde ihn ja gerne einsammeln ja beim nächsten mal bin ich mal gespannt ob wir denn die magie freischalten oder was auch immer wieder freischalten werden ja ich weiß du bist böse und selbst nicht gut okay man kann nicht was ich schade finde oh mein gott das war ja das ist ja okay da muss man stehen bleiben was ich schade finde dass ich ich würde ja gerne ausweichen aber das kann man anscheinend nicht oder ich habe es noch nicht herausgefunden nee wiegungsbereich wäre wichtig glaube ich bei der bei der fähigkeit musik ist ganz schön da darf man auch nicht stehen bleiben wo das war knapp und hier meine stehen bleiben gut ist ja mal die den rüstung und errungenschaften errungenschaften habe ich das geschafft jetzt extra strahlen extra schießen ich hab's geschafft bin durch schöner run hat spaß gemacht so was haben wir da level 1 max level der macht gut der mensch mal genau weiter spielen bogenschützen erscheinungsbild erscheinungsbild ok werden wir beim nächsten mal rausfinden es hat bock gemacht ich hoffe euch hat es auch gefallen und ja wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten mal das spiel hat potenzial auf jeden fall beim nächsten mal versuchen wir die neue charakteren und immer und immer so weiter wieder also macht´s gut bis zum nächsten mal euer Silbi tschüß tschüß U Like